Hallo, hier ist Peter von 42 Gadgets. Heute zeige ich euch die Labyrinth-Spardose Money Maze. Einmal ein bisschen was zur Umverpackung. Wie man sieht, ist es sehr schön verpackt. Man hat hier ein kleines Sichtfenster an beiden Seiten, wo man auch das Labyrinth schon sehen kann. Ich hole die Spardose mal raus. Hier haben wir jetzt die Spardose. Oben ist der Schlitz für das Geld. Hier haben wir eine kleine Feder, die den Mechanismus auslöst und ich packe mal ein bisschen Geld rein, damit man es auch besser sehen kann. Hier haben wir die Kugel, die den Mechanismus, hier oben, muss man die Kugel einfügen. Dann kann man den Mechanismus hier mit einem kleinen Hebel auslösen. Danach öffnet sich erst die Spardose. Das Labyrinth geht um die ganze gesamte Spardose, das heißt also bis auf die Öffnung. Das heißt also, es ist schon relativ tricky, die Spardose zu öffnen. Vom Material, bevor ich euch das zeige, wie das mit der Öffnung funktioniert, das ist nicht so schön verarbeitet wie die Umverpackung. Bei einem Preis von 10 Euro ist das okay, aber es könnte auch besser verarbeitet sein. Vom Fun Faktor her gesehen ist es aber relativ gut durchdacht. Ich zeige euch jetzt mal. Also da ist die Kugel. Man führt die Kugel eigentlich einmal um den ganzen Würfel rum. Ich habe die Kugel jetzt mal ein bisschen vorbereitet, so dass ich euch erst mal die Öffnung zeige. Man hat die Kugel hier, dann muss die hier oben in den Schlitz rein, wenn ich die Kugel jetzt... Die Kugel löst hier ein kleines Rädchen aus, beziehungsweise einen kleinen Schalter. Und die Spardose ist auf. Ich kann das Geld rausnehmen. Die Spardose wieder verschließen. Das gute an diesen Funktionen ist, dass man, dass die Spardose nicht einfach wieder, oder die Kugel nicht einfach wieder zurückfällt. Und man kann die Spardose immer wieder öffnen. Sondern die Kugel fängt wieder beim Beginn des Labyrinths an. Und wenn man jetzt die Spardose nochmal öffnen möchte, muss man einmal um den ganzen Würfel die Kugel durchführen, um später wieder das Labyrinth zu öffnen, beziehungsweise die Spardose. Ich bin Peter von 42Gadgets. Danke fürs Zusehen. Kugel Kugel Kugel